Du kannst dieses Video sehen, weil du mich noch nicht abonniert hast. Wenn du das tun solltest, erfährst du in diesem Video. Ich bin Maulwurf. 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 Auf meinem Kanal erwarten ich Parodien. Schnell an, wo ich... Ey, ich bleib... Kurzfilme. Nein. Nein. Das ist der echte Wandersmann. Wir haben ihn gefunden, ne? Aber auf den einen oder anderen Vlog. Das ist die Polizei, Alter. Fuck, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen scheiße. Mit dem deutlichen Unterschied, dass kein Video länger als 5 Minuten geht. Doch, wird der Superwiller diesmal zünden? Das erfahrt ihr nach der Werbung. Und diese überaus aufwendig produziert sind. Und natürlich der NSA-Haken, falls die Nachricht mitgelesen wurde. Meine Videos sahen bisher eine Million Menschen, inklusive dir. Doch Ende Mai will ich nochmal so richtig durchschlappen mit YouTube. Deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir uns in Zukunft in den Kommentaren wiederfinden. Und Feuer! Und wenn du noch mehr über mich erfahren willst, kannst du dir gerne hier oben rechts die Entstehung meines Kanals angucken. Das erste, was auf diesen Kanal kam, waren eigentlich nur Reviews. Dann zündete ich Batterien an. Bis zum nächsten Video. Dine Mauro. Dine Mauro. Dine Mauro.